Musik 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 Was soll's Egal Stimmt Einfach zusammen bleiben dann klappt's schon irgendwie Ja Und das ist am Anfang nicht wirklich umgebrim erst wenn ihr gewendet wird dann scheit los Ja Oben ist einer drin oh ist tot ich rück vor leute alter vorsicht den ich der ist oben drin hier fließt kein blut durch ich habe mir aber sicherheit sorry ich musste schießen er hat auf uns gezielt weiter geht es wir müssen schauen ob der tot ist und ich sehe ihn so in third person nur clemens willst du mal hoch gehen und schauen ob der tot ist wir haben zwei waffen in der hand wir können nicht hochgehen ohne dass wir die waffe liegen lassen wir geben die deckung so gut es geht leg dich oben gleich hin leertaste und hinlegen drück erst leertaste check mal sein puls maus auf ihn und dann das mausrad drehen und was steht dort jetzt ist er los ok was hat er denn für loot und dann und dann und dann und dann und dann Ich lade nach. Ich. Was ist der? Was bist du? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Lass uns mal näher rangehen. Ich bin richtig dick jetzt gerade. Ich bin schon durchgebrannt. Was sagst du? Warte, ich esse nur hier oben was. Ja, das gibt Blaze. Dann hat er ziemlich viel zu essen. Zu viel Modification. Ähm, ja. Eigentlich nicht so viel Besonderes zu brauchen. Außer Essen. Okay, dann schau, dass du ziemlich viel Essen mitnimmst. Ja, genau. Aber erst erst mal, dass du Energized bist. Okay, man kann mit deinem Liegen helfen. Ja. Ein Wunder der Technik. Vorsprung durch Technik. Na ja, Audi hat sich zu sehr darauf ausgeruht. Ja, hat's auch. Insbesondere was halt Altrad angeht. Da gibt's sogar amerikanischen Firmen oder Hersteller, die es teilweise schon besser hinkriegen. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel die Jeep angucke oder so. Ja gut. Ist klar. Oder Toyota. Hm. Toyota hat auch teilweise jetzt schon Besseres. Oder... Ich bin bewusstlos, ich bin bewusstlos. Geht weg da. Mohsin von hinter uns, glaube ich. Von oben vom Berg. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Pass auf da oben. Wenn du ihn siehst, knall ihn ab. Ich müsste gleich wieder zurückkommen, wenn alles gut geht. Der hat mir noch einen verpasst. Ich bin wieder da. Ich mach'n Respawn. Mal gucken, wo ich spawne. Hast du ihn? Habt ihr ihn? Nee. Ich blut wie ein Schwein. Nach Clemens Bescheid. Ich bin schon zu weit weg. Es war einmal AK, wo er auf mich geschossen hat. Und jetzt gerade noch mal Mohsin oder SKS. Ich bin schon zu weit weg. ist noch am Leben. Mhm. Bild ist aber dunkel, ich muss mich jetzt verbinden. Jo. Och ne, ne, ich bin North East, er fehlt. Wie lange soll ich laufen, Alter? Danke. Ich hab bloß den Schuss gesehen, hab mich bewegt und bin umgefallen. Bist du tot? Ne, ne, also gerade eben, bevor ich bewusstlos wurde. Also Clemens ist noch da. Auf dem Server? Ja. Das heißt vermutlich, dass er nur lebt. Er tut leben, ob er zwischenzeitlich gestorben ist oder so, man weiß es nicht. Scheiß Dreck. Ich hab halt extrem viel Blut verloren. Oh, der hat das eben noch gehört, der Clemens, dass ich ihn gewarnt hab. Ja. Scheiße, eine Munitionsbox hat er zerstört. Ach Gott, der hat mich übel erwischt. Wie schafft man das? Der hat mich mit einem Schuss getötet. Wir hätten in den Sandbunker reingehen sollen und da reinhocken sollen und warten. Ja. Ich hab meine ganzen Camlights hat er mir zerstört. Ja, das ist halb so wild. Zwei Magazine, Matchbox, alles was halt in meiner ruinierten Box schon drin war. Die ganzen Kugeln. Die ganzen Kugeln. Die ganzen Kugeln. Die ganzen Kugeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So doof Untertitelung des ZDF, 2020 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 will ich mal ich sehe die Küste wieder oh fuck Ferozino bin ich jetzt nämlich dann müsste ich eigentlich gute Chancen haben zu sterben oder auf jeden fall bei so einem vollen server wenn nicht alter ist das echt lächerlich jetzt mal der typ hat uns quatschen gehört das denke ich mir fast auch oder es war der kollege von dem wo ich erschossen habe oder das der hat uns halt genau angeschaut da konnte ich nicht noch lange reden wenn ich jetzt in beratino hier nicht sterben dann drehe ich durch wir würden jetzt doch eigentlich sonst von snipern und was weiß Hackern und so ja eigentlich schon aber dann wenn man sie mal finden will findet man sie normal nicht und die kommt los Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020